So, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen bzw. guten Mittag. Wir haben nämlich schon 15 Uhr. Ich habe das Video geschnitten und richtig mal ausgeschlafen, einfach weil heute ist mein Geburtstag, also entspanne ich ein bisschen. Ich zeige euch aber mal unten, wie alles dekoriert ist. Also, gehen wir mal runter. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.